Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 14.01.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 942 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. LG, Word for iPad, Local Guides, Telegram und Ring. Ich beginne gleich mit LG, dem unter anderem Fernsehersteller. Die haben ja schon länger angekündigt, dass auf ihren Fernseher, zumindest auf einer ausgewählten Version davon, das Google Stadia mit reinkommt. Mal stand auch im Raum, dass auch das GeForce Now, wie heißt es, Nvidia GeForce Now kommen soll. Jetzt weiss man zumindest ein Datum oder ein ungefähres Datum zumindest, wann das Ganze soweit sein wird. Zumindest bei der Google-Seite, also bei der Spieleplattform Google Stadia. Das wird in der zweiten Jahreshälfte sein. Also irgendwas zwischen Juli und Dezember. Abwarten heisst die Devise oder ihr kauft euch was dazu. Da gibt es ja solche Kombi-Angebote. Mehr dazu von pokipsi.ch-blog, pokipsi.ch-stadia.ch und da habt ihr alle Informationen dazu und weiterführende Links plus ein Video von meiner Seite. Weiter geht es mit Microsoft. Die haben ein Update in Excel und in Word eingespielt und zwar in die iPad-Version. Zum einen unterstützt Word jetzt endlich, schon länger angekündigt, jetzt da Trackpad und Maus-Unterstützung. Zusätzlich bekommt Excel einen Multi-Window-Modus. Das heisst, ihr könnt zwei Dokumente gleichzeitig bearbeiten oder irgendwas, irgendwo Daten ablesen von einem PDF oder aus dem Web und die rechts oder links nebenan in ein Excel eintragen. Sehr, sehr praktisch. Beide Möglichkeiten, wer das braucht, unbedingt installieren und Freude daran haben. Nicht so viel Freude haben aktuell die Google Local Guides, denn das sind ja diejenigen, gehöre ich unter anderem auch dazu, Achim zum Beispiel, die Google immer sehr stark und viel mit Daten versorgt haben. Einer der Gründe, weshalb auch Google, die Plattform, also Google Maps, so stark gewachsen ist, würde ich behaupten, macht das sicherlich auch die Local Guides und deren Eifer aus. Und jetzt, ja, wie so oft bei Google, wenn sie plötzlich teuer werden, streicht man sie zuerst mal zusammen. Das war in den letzten 1-2 Jahren schon passiert, wo gewisse Entlöhnungen oder Möglichkeiten immer weiter zurückgeschraubt wurden. Jetzt werden wir auch noch ausgegliedert. Und ausgegliedert. Zukünftig gibt es unter maps.google.com.localguides die Local Guides-Informationen zu finden und nicht mehr direkt in der Karte drin. Sehr, sehr ärgerlich. Mal schauen, wie lange das geht, bis sie dann ganz rausfallen. Halt typisches Google-Prinzip. Schade, schade. Dann gibt es Neuigkeiten, nachdem WhatsApp ja mit Facebook zusammengekommen wird. Jetzt endgültig, sprich die am 8. Februar, dann die, ja, der Stichtag ist, wo man zusagen muss oder rausgehen darf. Und anscheinend hat jetzt Telegram-Neuigkeiten rausgehauen. Sie haben die 500 Millionen aktiven Nutzer überschritten. Das heisst, sie haben Snapchat hinter sich gelassen, welche bis zur letzten Zählung noch vor Telegram waren. Insgesamt kamen in 72 Stunden 25 Millionen neue Nutzer dazu. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie viel das dann auch da bleiben werden oder wie viel dann auch wieder zurückgehen werden. Von den Zahlen her, WhatsApp macht 1,3 Milliarden Nutzer weltweit aus. Wir haben dann auf Platz 2 WeChat mit 1,2 Milliarden. Dann kommt QQ mit 650 Millionen und irgendwo dann eben Telegram und dann Snapchat. Mal schauen, wie lange sich das weiter so verhält. Zu guter Letzt gibt es noch eine schöne Neuigkeit für alle Ringbesitzer, aber halt nicht alle. Leider, das mittlerweile von Amazon aufgekaufte Videoüberwachungssystem, was man an die Tür machen kann, also Klingel mit Video, das bietet jetzt endlich eine End-zu-End-Verschlüsselung an. Das wurde ja aber auch wirklich Zeit. Welche Modelle das betrifft, bei uns in den Show Notes gibt es einen Link dazu oder im Podcatcher eures Vertrauens. Schaut mal rein, lest mal euch rein. Ich bin froh, habe ich meine damals wieder zurückgegeben, weil meine werden nicht damit kompatibel. Sehr, sehr schade. Ja, genau. Das war es für den heutigen Tag mit den Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und hattet eine Freude dran. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, man hört sich wieder. Euch einen erfolgreichen Tag. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.